Aber das ist auch schon lange vorbei. Damals gab's noch... Damals war Level Cap 60. Da war 60 das Höchstlevel, das man erreichen konnte. Da hab ich das gespielt. Einer ist Belong. Hinterm Fass oder so, auf der linken Seite. Fick die Wurst! Ah, Einer ist short. Critical Ops ist so wie CS. CS aber auf dem Handy. What? Okay. Servus! Maximus! Solution! Duty! Und wenn jetzt ich CSGO spiele, lädst du mich ein oder nicht? Also... ... ... ...